Ich war wirklich lange Zeit, anscheinend habe ich sie auch gebraucht, recht konventionell unterwegs. Also war zwei Jahre selbstständig als Programmierer und dann auch noch angestellt. Habe in der Zeit sehr viel Geld verdient, aber bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich muss auf jeden Fall irgendwas in meinem Leben ändern und brauche irgendwie einen alternativen Weg. Also damals war er noch nicht so ganz klar. Ich wusste nur, ich musste das beenden. Und somit bin ich dann eben vor drei Jahren dazu gekommen, nicht mehr weiterzuarbeiten. Habe meinen Konsum radikal gesenkt. Über Konsum an sich denke ich selber natürlich sehr kritisch nach. Ich habe dabei auch erfahren, dass ich mich selber ja auch im Laufe meines Lebens von so vielen Dingen abhängig gemacht habe, die eigentlich ja nur wirklich ankonditioniert waren. Ich bin dann auch irgendwann auf das Thema gestoßen, dass wir so krass viele Lebensmittel wegschmeißen. Also sprich an der ganzen Produktionskette in etwa die Hälfte. Und das konnte ich erst gar nicht glauben und musste mich dann selber davon überzeugen und habe in den Supermarkttonnen nachgeschaut, zusammen mit einem Freund. Wir konnten es eigentlich selber kaum fassen. Also wir haben dann damals schon versucht, immer möglichst viel davon mitzunehmen. Auch an Leute verteilt, an Freunde, an Nachbarn, immer so viel es irgendwie ging. Wir haben dann die ersten, vor allem Biosupermärkte hier in Köln, davon überzeugen können, dass sie uns die Lebensmittel geben, bevor sie in der Tonne landen. Und somit hatte ich dann irgendwie auch gedacht, ja, jetzt müsste man im Ganzen auch doch ein kleines System geben und habe dann eine kleine Datenbank aufgesetzt. Das war erst gar nicht so groß geplant. Es sollte nur ein bisschen regeln, dass eben Supermärkte nicht doppelt angesprochen werden. Irgendwie ist dann mit der Zeit Lebensmittelretten.de, so wie es heute ist, eben daraus geworden. Und mittlerweile sind über 3.500 Leute auf der Plattform angemeldet und retten täglich viele Tonnen an Lebensmitteln. Ich bewege mich hier eigentlich vorwiegend mit dem Fahrrad in Köln. Also die Lebensmittel, die ich dann zum Beispiel abhole, transportiere ich in einem Fahrradanhänger. Eben waren wir beim Neulandverteiler. Das ist einer von unseren acht Verteilern hier aus Köln. Das ist auf einem Platz von einem Gemeinschaftsgarten. Und da gab es ein paar Bananen. Die hatten schon so ein bisschen so braune Flecken. Und irgendwie eine Paprika. Die hatten dann auch irgendwie so eingedrückte Stellen. Also die sehen dann vielleicht jetzt nicht mehr so 1a aus, aber die sind ja noch super. Und die kann man ja auf jeden Fall noch essen. Ja, da habe ich mir dann ein bisschen was von mitgenommen. Auch noch ein paar Birnen und einen Apfel. Und da haben wir dann eben auch noch einen leckeren Smoothie draus gemacht direkt. Ich lebe hier in einem WG-Zimmer zusammen mit meiner Freundin. Ja, das Zimmer ist ungefähr so 16 Quadratmeter groß. Dadurch, dass wir hier zusammenleben, müssen wir recht wenig bezahlen. Also wir bezahlen jetzt 200 Euro. Ja, die treibe ich mir immer unterschiedlich jetzt im Monat auf. Also zurzeit programmiere ich zum Beispiel an einem Projekt. Der Deal ist eben, dass ich für die Programmierung da auch dann die Miete finanziert bekomme. Es hört sich immer an wie so ein Verzicht. Aber letztendlich wäre es für mich ein Verzicht, dann würde ich es glaube ich nicht machen. Weil es ist für mich total wichtig, dass das, was ich tue im Leben, dass ich auch damit glücklich bin. Natürlich gibt es im Supermarkt alles, was ich mir vorstellen kann. An all die leckeren Dinge, aber auch gerade deswegen, wenn es dann halt auch mal eine längere Zeit über nicht die Sachen gibt, auf die ich mich sonst so freue. Wenn es sie dann mal gibt, dann freue ich mich ja umso mehr. Also ich würde natürlich jetzt niemals einen einzelnen Menschen verurteilen wollen, diejenigen, die sich jetzt auf einem anderen, also normalen Wege ihre Lebensmittel besorgen. Ich will ja auch nicht sagen, dass jetzt der Weg, den ich irgendwie gewählt habe, der beste sein soll. Sondern ich möchte halt nur so gut es geht, darauf aufmerksam machen, dass wir hier in einem System leben, das ziemlich quer hängt. Und dass aber, wenn wir alle ein bisschen daran glauben und jeder sich ein wenig so an den Stellen oder an den Schrauben, an denen er drehen kann, dreht, dass wir dann schon sehr viel erreichen können.